Sorry, das ist jetzt ein bisschen... Aber ich will beide Mammuts jetzt down haben. Regen mich auf. Ich versuch's diesmal mit Magie. Mit Flammen. Aus der Ferne. Was GAR nichts abzieht. GAR nichts. Schieß hier ab. Oh Mann ey. so wer ist stärker angeschlagen sind beide schon ordentlich angeschlagen das ist guuut das ist guuut nein wieso erledigt er mich so schnell aber jetzt weiß ich die taktik ich halte sie fern und meine partnerin die baller und feuer ist kacke habe ich vielleicht coolere zauber alle diesmal versuche ich es auch mit den schreien schön mit 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 der kriegsaxt und dem schild und die ausdauerschönen die erde bebt dass das provoziert mich mammut jagt ja 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 ich bin aus Versehen aus dem desktop gekommen und bin dabei verweckt taktik hat nicht geklopft wieso kämpft die nicht und ich bespreche es noch mal mit ihr wieso ist die fps aber jetzt so ich bespreche es mit ihr wölfe sollen erstmal herkommen ja ok ich bespreche es jetzt mit dir ich gebe euch deckung na schön was denn was braucht ihr ich rüste erstmal eine waffe aus na was was so wartet hier na schön was denn so was braucht ihr so greifen wir die bisschen an gut verstanden dann mach sie denn an braucht ihr mich noch nein kommt her ich folge bisschen weiter weg So, ein bisschen taktisch angehen lassen Du stellst dich hier hin So, nein Komm hier hoch Komm hier hoch Verdammt Komm hier hoch Komm hier hoch So Du bleibst hier Okay, das ist schon mal gut So, jetzt hoffe ich mal, sie kämpft mit Was ist das? Kacke Ja, sie kämpft mit Oh shit, bin fast tot Aber diesmal läuft es gut Ich trinke zur Sicherheit ein bisschen im Voraus Damit es nicht zu Komplikationen kommt Oh shit, das ist schon mal Oh shit, das ist schon mal Oh shit, das ist schon mal Ich werde jetzt nicht die Oberhand gewinnen Ups Zack Uuuuuu Uuuu Oh ja Das Ob sich das gelohnt hat? Ich weiß ja nicht So Ja, jetzt können wir weiter wandern Ist okay Aber Ich frage mich, wieso das jetzt rot ist Ist es jetzt voll? Oder was los? Kann ich das nicht weiter skillen? Ich kann hier drauf keinen Punkt mehr verteilen Wieso? Okay, dann nehmen wir Ey Ähm Das ist eigentlich cool Aber Naja Hm Das ist zum Beispiel auch interessant Heilen Aber ich Ich Taschendiebstahl Schlussklang Schleichen Leichte Rüstung Schießkunst Einhände Zweihände Blocken Schwere Rüstung So So Steigert den Scheren 20% Yes Was macht dann gut aus? Ähm Okay Nur cool Das ist ja geil Naja Okay Ähm Woh Ich weiß nicht wo ich hin muss Na Tadam 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 Ich hab grad zwei Mammus Mammuselicht Ich hab zwei Mammuselicht Ich hab zwei Mammuselicht Mann 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 So Jetzt muss ich wieder Sieht echt cool aus wie der rennt Tadam 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 So Hier sind äh Komische Dingens Dingens Das heißt Ähm Sieht gut aus Egal Ich hab zwei Mammuselicht Ich brauchte da nicht irgendwie eine halbe Stunde viel Oh Ein kleiner Eistroll Na 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Geben Magie In der Herstellung Wo ist mein 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 Diener Meine Blätterin Oh Oh shit ey Muffin 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 Muffin